Die Minibar ist ein Ort, der das Potenzial zum Glück hat. Dieses Potenzial wird von dem Tiger symbolisiert. Die sieben Protagonisten dieses Stücks sind allerdings nicht in der Lage, dieses Potenzial überhaupt zu erkennen. Denn sie sind sehr stark gefangen in ihrer eigenen Einsamkeit, in ihrem eigenen Alltag und in ihren kleinen Sorgen, die eigentlich vom Komischen dann irgendwann ins Tragische sind. 15 Stipendiaten der Akademie Musiktheater heute haben kollektiv eine Idee entwickelt, die in einem Libretto umgesetzt wurde. Daraus sind zwei Kompositionen entstanden, die wiederum von zwei Regisseurinnen inszeniert werden und von zwei Dirigenten musikalisch geleitet werden. Die Akademie Musiktheater heute ist das Stipendiatenprogramm der Deutschen Bankstiftung. Wir werden jedes Jahr 15 junge, opernbegeisterte Kreative aufgenommen und haben zwei Jahre Zeit, ein gemeinsames Opernprojekt zu erarbeiten, was dann hier an der Hamburgischen Staatsoper zur Aufführung kommt. Am Ende der Frieden! 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 Vielen Dank.